Hör auf den Moos auf, geh drauf! Das ist alles Morschen! Natürlich ist das Morschen! Geh das oben drauf! Stell dich richtig oben drauf! Ich muss doch sehen, wie weit ich runtergehen muss! Stell dich mal gerade hin! Stell einen Wein rüber! Stell einen Wein rüber! Ach, kannst du doch, ne? Genau, das ist die Seele! Und jetzt läufst du ganz schnell runter! Ja, super Idee! Ich weiß noch nicht mal, wie ich hochgekommen bin und soll auch noch runterlaufen! Die ist so behindert! Stell dich nochmal gerade! Stell dich nochmal gerade hin! Leck mich am Arsch! Da kannst du selber auch gehen! Du bist ja wohl behindert! Hallo? Das Ding da drunter, wenn das einkracht, da ist nix! Null! Da ist ein Loch! Das kann auch einkrache, ne? Ja, wieso will ich schau? Da, wegen dir! Ja, ja! Geh mal da drauf! Dann zeig ich dir das! Ich lerne lieber Texte auswendig! Oder mach's wie die eine! Kabelträger! Oh geiler Gott! Sieht sauer aus! Warum? Kabelträger können auch mal irgendwann was werden, ne? Da ist wirklich vollstaubig die Linse, ey! Guck mal hier! Wenn sie da einkracht, da ist nix! Dann bist du tot! Wo? Über das? Da quill ich drauf! Garstattquelleversicherung! Garstattquelleversicherung! Guck mal hier! Krach ich ein! Oh! Sie denken, du hast eine Waffe, ehrlich! Also, siehst du mich? Ich seh dich! Ja, klar seh ich dich! Ist das Horn? Nein! Da muss ich ein bisschen so... Was? Mach nur mal! Das muss nur von der Höhe her! Ja! Ja, das Horn! Aber dann ist ein Stück nicht vom Horn da! Dann fehlt ein Stück vom Horn! Ja, klar! Und das sollten sie sich ja antesten! Also, wir noch! Ich würde das runtergehen! Ja! Das wäre nett! So? Ja! Das ist schön! Jetzt sieht man auch das komplette Horn! Ja! Jetzt sehen wir 21, 22, 23! 21, 22... Ach so! Nein! Geh mal mit dem Horn, bitte! Du hattest das gerade ganz anders! Ja! So! So vorzählen! Ja! 21, 22... Was willst du jetzt? Oh! 21, 22... 23! Ich sehe, was auszutesten soll! Das Wetter wird Ihnen präsentiert worden! Da statt Quelle Versicherung! Das Wetter im Ersten wird Ihnen präsentiert und Gas als Quelle Versicherung! Yes! War das richtig? Yes! Ja! War das richtig? Ja! Ja! Habe ich doch gesagt? Ja! Das Wetter wird Ihnen präsentiert und Gas als Quelle Versicherung! Das Wetter im Ersten! Du hast wieder das im Ersten vergessen! Das Wetter im Ersten wird Ihnen präsentiert und Gas als Quelle Versicherung! Ja! Mal dringen? Ja! Ah! Geil! Super! Ah! Geil! Also erzähl! 21, 22, 23! 21, 22! Ha? 21, 21, 21! Ja! Ja! Du kannst deine Quelle... Halt deine Frösche und guck zu! Machst du das nur so! Okay. Immer... So soll ich das sehen? Sieh! Muss Ende sein! Hm? Ja, sieben Sekunden ist mir klar! Alter! So weit, dass du auch noch! Das Wetter im... Warum machst du nicht durch? Ja, mach. Ich zieh das doch dann. Das wird nicht mehr. Dann wird Ihnen präsentiert. So sehr geht die Sekunde nicht. Guck mal, hallo. So sehr geht das nicht. Du musst mitzählen im Kopf. 21, eine Sekunde dauert immer. 2, dann zählen. 21, guck mich nicht an. Ich guck doch da, ich seh dich doch. Guck mich an, bitte. Wenn ich dir was erkläre. 21, 22, 23. Aber in Kopfrecht zählen. Und ich... Jetzt macht er sich so affig nach. So, jetzt mach ich das. So sein, dass ich das auch sehe. Du wirst nicht da reinzugucken. Ich muss nur die Schaden zählen. Ich muss nur die Schaden zählen. Nee, lass die Hand weg. Erst wenn ich anfange. Dann fängt es an. 21. Wenn so weit ich das so rege. 21, 23, 23, 24. Was? Was? Ich war am zählen. Was hab ich dir gezeigt? Wohin ihr jetzt? Ich kann die Hand hoch nehmen. Schrei doch lauter, ey. Ich kann das nicht mal hören, ey. So. Nicht hier so, ey. Ich muss das sehen. Was? Ja, doch. Was? Doch. Du machst ja gar nicht so... Oh, mein Gott, ey. Pfannen. Das wird's doch im ersten. Das wird Ihnen präsentiert. Von Quelle... Weck mir am Arsch. Ja, super. Jetzt war ich bei 25. Das wird doch im ersten. Das wird doch im ersten. Wird Ihnen präsentiert. Von Garsatzquelle Versicherung. Das Wetter im Ersten wird Ihnen präsentiert von Karlstadt-Quellenversicherung. Passt. 26, ja. Passt. Ich muss ihn dann ein bisschen verschneiden. Ja, musste sowieso, aber das passt. Das Wetter im Ersten wird Ihnen präsentiert von Karlstadt-Quellenversicherung. Ne, ist klar. Ei, 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 ei. Eier, ja? Was? Eier gibt's auch heute? Das Wetter im Ersten wird Ihnen präsentiert von Karlstadt-Quellenversicherung. Super. Perfekt. It's perfect. Das Wetter im Ersten wird Ihnen präsentiert von Karlstadt-Quellenversicherung. Das ist geil. Das war jetzt richtig geil. Ah! Das Wetter im Ersten wird Ihnen präsentiert von Karlstadt-Quellenversicherung. Ui! Hahaha! Ja, siehst du... Mann, Schatz, jetzt mach nicht so eine Scheißerei da. Ich hab das doch extra gemacht. Das Wetter im Ersten wird Ihnen präsentiert von Karlstadt-Quellenversicherung. Yes. Supi. Ne. Freie zu stehen. Und dann? Und dann? ро' Name. Ersten. Being Bad.